Sermeter gegen Stöckli. Sermeter gegen die Abstiegsrunde. Gürkan Sermeter schiesst Ibe in die Finalrunde. In der letzten Minute und wenn es aus dem Spiel nicht geht, dann geht es halt mittels Penalty. Wenn ich die Bilder sehe, ist es natürlich schon speziell. Es ist natürlich extrem lang her. Aber die Emotionen kochen da wieder auf, wenn ich die Bilder wieder sehe. Das sind tolle Bilder.